Lisa Martinek und Kai Schäfe spielen die Hauptrollen in dem Krimi Tod auf der Insel, der am 21. September um 20.15 Uhr in der Reihe Fernsehfilm Der Woche im ZDF läuft. Im vergangenen Oktober wurde der Streifen auf Sylt produziert. Wir hatten damals die Dreharbeiten in Hörnum besucht. Der atmosphärisch dichte Kriminalfilm wurde nach dem Regionalkrimi von Bent Ole Inselblut inszeniert. Im Buch spielt die Geschichte auf Amrum. Der Film spielt auf Föhr, aber gedreht wurde auf Sylt. Also Sylt-Fans aufgepasst, den Abend des 21. September unbedingt rot im Kalender anstreichen.